Flucht und der Verlust von Heimat bedeuten eine traumatische Erfahrung. Die Kinder und Jugendlichen, die sich bis zu uns nach Europa retten konnten, haben oft mehr Schlimmes erlebt, als ein junger Mensch verkraften kann. Gewalt, Krieg, Angst. Viele wurden in den Wirren der Flucht von ihren Eltern getrennt oder mussten mit Ansehen, wie Verwandte ums Leben gekommen sind oder schwer verletzt wurden. Die Vorstellung, dass Kinder oftmals ganz auf sich alleine gestellt fliehen, empfinden die meisten von uns zum Glück immer noch als schrecklich. Diese Kinder brauchen Schutz, liebevolle Betreuung und psychosoziale Hilfe. Und sie brauchen eine starke gesellschaftliche Lobby. Da sind wir alle gefragt. Wir brauchen Menschen, die sich um diese Kinder kümmern und sie mit offenen Armen aufnehmen. So wie es viele Ehrenamtliche von Terre des Somm auch tun. Denn Terre des Somm packt an und hilft ganz konkret. Und allen denjenigen, die dies als naives Gutmenschentum abtun, dieses Engagement stärkt unsere gesamte Gesellschaft und hält sie erst zusammen. Da bin ich übrigens sehr gern auf der Seite der Gutmenschen. Den Mitgliedern der Terre des Somm Gruppe Nümbrecht gratuliere ich ganz herzlich zu ihrem 40-jährigen Jubiläum und wünsche allen Gästen der Veranstaltung eine gute und anregende Diskussion.